Hallo Leute, Boris und ich waren gerade mal wieder in einer Preview und daher eine neue Folge von unserer Sneak Review. Was haben wir denn heute gesehen? Big Business. Ich kann den Namen von dem Schauspieler aus mir nicht mehr. Windsworn, genau. Klassische Komödie, wenn ich es mal so zusammenfassen müsste, es ging eigentlich darum, man muss eigentlich, ja, ein amerikanischer Geschäftsmann, der unterwegs ist, einen großen Deal abschließen will und da so ein bisschen Hindernisse hat. Und den fand man klasse. Ja, ich fand den auch ganz gut. War sehr amüsant gewesen, genau. Lohnt sich, weiter zu empfehlen, ganz klar. Von mir auch einen Daumen. Was für eine Note hast du gegeben? Ich habe eine 2 gegeben. Ah, okay, ich war ein bisschen härter. Ich empfehle ihn auch weiter, aber eine 3, weil, ja, vielleicht doch ein bisschen sehr platt, aber führst du zwischendurch zum Anderen. Sehr trivial, leichte Kost, aber genau das, was man unter der Woche gut brauchen kann, nicht schwer verdaulich ist, ist amüsant mit Herz und hat Spaß gemacht. Genau. Wer ihn von euch gesehen hat, einfach mal unter das Video posten, wie ihr den fandet. Wir freuen uns auf Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.